Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Bedrock PS4 Und ja Leute, heute kommt es mal wieder nach einer sehr langen Zeit zu einer neuen Folge von, ja, diesem Projekt hier, ne Genau Leute, ich hab dieses Projekt jetzt, ja, schon seit, ne, ich glaub schon seit einem Jahr nicht mehr gebracht, ne Und ab jetzt, hab ich mir mal so gedacht, geht es jetzt endlich mal weiter Und genau wie es weitergeht, werde ich mal jetzt in diesem Video bereden Also ich werde jetzt mal in diesem Video bereden, wie es weitergeht, wann es weitergeht Und genau, auf welche Art es weitergeht, ne Und genau, ich guck auch mal so, also ich sag auch natürlich, warum ich natürlich auch das Projekt pausiert hab Genau, darüber reden wir auch mal in dieser Folge, ne Also auf jeden Fall ist es jetzt so, dass ich mich halt echt dazu entschieden hab, genau dieses Projekt hier endlich mal weiterzuführen Ich hab es ja, ähm, ich glaub das war im März 2023 Hab ich mich dazu entschieden, ähm, das Projekt, ähm, zu pausieren Einfach aus dem Grund, weil zu diesem Zeitpunkt mein Kanal wirklich voller Projekte war Vor allem ist auch Minecraft Spring gestartet Und genau aus diesem Grund vor allem, also vor allem wegen Minecraft Spring Hab ich mir einfach so gedacht, ja, pausier ich jetzt einfach mal dieses Projekt Aber ich hab natürlich nicht gesagt, wie lange, ne Aber jetzt ist es halt auch endlich mal soweit, ne Es geht wieder weiter mit dem Projekt Wir werden es jetzt weitermachen Genau, ist es ja, wie gesagt, unser Minecraft Überleben Projekt Wo wir, ähm, ja gemeinsam Überleben, also in Survival Den Enderdrachen besiegen wollen, ne Hier ganz entspannt irgendwas Entspanntes bauen wollen Und natürlich auch gleichzeitig uns ausrüsten wollen und so Und ja, genau Jetzt kommen wir mal dazu, ne, wie es weitergehen wird Also, äh, oder besser gesagt, wann es weitergehen wird, ne Ich hab jetzt geplant Jetzt, also das Video kommt wahrscheinlich so, ja Anfang April irgendwann online, hab ich so in Planung, ne Und dann hab ich mir so überlegt, genau Möchte ich jetzt vielleicht, ne, das Projekt weitermachen Auf jeden Fall, ja, so die nächsten Tage Ich denk mal, ähm, die nächsten Tage Ich kann's schon mal sagen, ne Nach diesem Video kommt der erste Stream von Minecraft Bedrock PS4 Genau, es wird nämlich ab jetzt so sein Ich möchte es nämlich so machen, dass dieses Projekt nicht nur aus Folgen besteht Also aus ganz normalen Videos Sondern halt auch aus Streams, ne Also ich möchte es jetzt echt so mit diesen Folgen und Streams vermischen Ich hab's so geplant, dass die Folgen, die ich aufnehme Dass das halt immer Folgen sind, die eine Partzahl haben Zum Beispiel Folge 13, Folge 14 Und wenn dann halt immer dazwischen ein Stream kommt Ist es halt einfach ein Stream, der aber nicht als eigenständige Folge gezählt wird Als eigenständiger Part halt, ne Das ist halt so eine Sache Also einfach mal so, nur so zur Info Es wird dann ab jetzt Streams geben Und halt immer, immer dazwischen Immer dazwischen so folgen Also immer ganz normale Videos Ganz normale Aufnahmen von Minecraft Bedrock PS4, ne Das ist so eigentlich schon mal alles, was ich eigentlich schon sagen möchte, ne Also es geht hier ab jetzt schon irgendwann los, ne Jetzt die nächsten Tage geht's dann eigentlich mal wieder los, ne Werden jetzt ganz normal das dann weiter aufnehmen Und natürlich auch vor allem streamen, ne Darauf hab ich auch schon richtig Bock In den Streams werden wir uns dann hauptsächlich darum kümmern Nämlich ja, zu farmen und so Wir können halt richtig gut in die Höhle gehen In den Nater gehen Und das ist halt einfach ganz entspannt Gemeinsam im Stream, ne Das ist so, so eine geile Stimmung, ne Einfach im Stream so gemeinsam zu farmen und so Irgendwas zu bauen Das ist halt echt schon cool, ne Ja, unsere hier Minecraft Bedrock PS4 Welt, ne Ach Gott, ey Das gibt's doch nicht Ey Nein, Mann Das ist genauso wie ganz früh In Microsoft Windows 1 und so, ne Ey Das ist doch Was, was hab ich mir denn bitte dabei gedacht, ne Und Leute, ich kann mich beruhigen Ich kann mich beruhigen Ich werde dieses Haus abändern Ich werde diesen Brocken Scheiße Werde ich, werde ich Werde ich nicht so lassen Oh mein Gott, ey Was, was hab ich denn hier bitte 13 Folgen gemacht Ich hab nicht mal Diamanten Ich hab gar nichts Ey Alter, nein Ey, Mann Leute, das ist einfach Es ist so traurig Was hab ich, was hab ich denn hier bitte gemacht Was ist das denn hier bitte So eine Gammelfarm Ich hab Nen Hund hab ich Wow, immerhin das Dann diese Holzhütte Hier so ein Loch Nein, oh Gott Ey Leute, ich verstehe gar nichts mehr, ne Ich weiß, was ich hier unten gebaut hab Das ist aber auch an sich eine coole Idee gewesen Ich wollte hier diese Höhlenbase machen Das werden wir auch weitermachen Ich glaub, also wie gesagt, Leute Es geht ja weiter Die nächste Folge Oder das Projekt geht weiter Wir starten direkt mit einem Stream Und genau, das ist ja hier Ich hab hier nicht viel mehr gemacht Als das da hier Und da oben Oh Gott, ey Das gibt's doch nicht, ne Und das wird sich auch Jetzt alles ändern Also vor allem mit den Streams Und so Naja, Leute Danke fürs Zuschauen Von diesem Video Ich hab's einfach mal so als Info gemacht Ab jetzt geht's endlich hier wieder weiter Genau Wenn's euch natürlich gefallen hat Gebt gerne Natürlich gerne einen Daumen nach oben Und ja, abonniert natürlich gerne den Kanal Und natürlich die Glocke Um keine weiteren Videos mehr zu verpassen Und dann, ja, Leute Würde ich sagen Genau Sehen wir uns dann auch in dem nächsten Video Also im nächsten Stream Von Minecraft Battle P4 Da würde ich sagen Ja, Leute Haut rein Dann, ja Bye und bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal